Und dieser Hinweis hilft mir jetzt, den Ball zu aktivieren. Ich möchte jetzt gerne, dass Sie mal den Ball in die Hand nehmen. Nehmen wir mal einen blauen. Und versuchen mal nur zu werfen und zu fangen. Geht dem Sitzen, geht dem Stehen, wie Sie mögen. Jetzt versuchen Sie mal, das die andere Hand machen zu lassen. Vermutlich Ihre Schwächere, nur um das Thema Gewöhnung mal anzusprechen. Nehmen Sie mal wieder Ihre gute Hand. Und jetzt nehmen Sie mal die andere Hand, die leer ist, oben drüber. Das heißt, Sie werfen und die Hand geht rauf und drunter. Ja, das ist schwierig. Darf schwer fallen, aber ist noch der Bereich lösbar. Und das Schöne ist, ich werde nachher noch ein bisschen intensiver darauf eingehen. Das ist eine sehr einfache Aufgabe. Ich zeige es und wenn Sie mal links und rechts gucken, was der eine oder andere so macht, jeder macht was anderes. Machen wir mal andersrum, vielleicht hilft das. Hilft aber auch nicht. Wenn Sie genau hingucken, es ist immer irgendwie ein bisschen anders beim anderen. Das wird nachher nochmal wichtig. Weil an diesem Beispiel kann ich mal sehr einfach erklären. Es ist, zwischen Menschen ist der Bereich Wissen nicht ohne Probleme übertragbar. Kennen Sie, Sie erzählen was, sagen was und nichts wird verstanden oder falsch. Oder die machen alle was anderes. Wir können es nochmal steigern. Wir machen mal dieselbe Übung und machen mal den direkten Wechsel von links auf rechts. Das heißt, Ball und Tanz gehen hoch und wir wechseln. Ball und Tanz gehen hoch. Ja, ist wieder um den Faktor vier schwieriger. Ist klar. Und auch hier erleben wir und sehe ich auch unterschiedlichste Lösungsansätze. Ich zeige mal, das hier sieht anders aus, ist es auch. Gezeigt habe ich, Ball und Tanz geht hoch und wenn der Ball den höchsten Punkt hat, Komma und die Hand noch über dem Ball ist, dann drehen wir die Hand schnell unter, weil der fällt ja runter. Oder andersrum gesprochen, wenn Sie Angst und Risiko spüren, dann ist er es richtig. Wenn Sie nichts spüren, ist das hier. Oh, ist ja einfach. Ist was anderes. Das meinte ich. Hoch und Wechsel. Hoch und Wechsel. Wenn das Einzige, was passieren kann, ist, dass ein Ball runterfällt. Mehr nicht. Und das Irre ist, wir hören es ja auch, nicht wenige lachen auch. Wir können es nochmal steigern. Wir machen mal folgendes. Ball geht hoch und der andere Arm geht durch. Noch ein Wurf. Arm geht wieder raus. Dann werden Sie gleich Widerstände spüren, die gar nicht da sind. Wir hören es auch. Machen Sie sich keine Sorgen, dass es schwerfällt, weil ich zwinge Sie gerade, beide Gerinnhäften gemeinsam zu benutzen. Das muss schwerfallen. So, auch hier zeige ich die verschiedenen Lösungsansätze der Kollegen. Das ist fast die Lösung. Können Sie erkennen. Viele glauben, dass das richtig ist. Gezeigt habe ich durch das Problem zwischen Hand und Ball. Wenn Sie häufiger so gemacht haben, kann es passieren, dass Sie das nächste Mal so versuchen. Auch das ist nicht richtig. Wir wollten zwei Würfe machen. Wurf 1, Arm geht rein. Wurf 2, Arm geht raus. So, das Interessante ist, wenn es dann läuft, unterstützt Sie auch Ihr Gehirn schon nicht mehr. Wird es schon langweilig. Machen Sie mal andersrum. Andere Hand wirft, andere Hand geht durch. Fangen Sie bei 0,0 wieder an. Und wir haben dieselbe Lautstärke. Ist heftig. Müssen Sie drei bis sechs Mal probieren. Ja, genau. Ist schwierig. So. Soll mir erst mal reichen. Sie brauchen mehrere Anläufe. Sehr gut. Jetzt versuchen Sie eine völlig neue Situation. Wieder Faktor 4 schwieriger. Die Hand, die jetzt runter geht, fängt den Ball. 1, 2. Macht es mir orde Eindruck. Ist aber völlig albern. 1, 2. Das ist Bewegung. 1, 2. Machen Sie es mal mit der anderen Hand. Nur um zu gucken, ob die sich schlechter oder sich besser anfühlt. Und als Hausaufgabe. Machen Sie das dann hinterher. Verstehen Sie das? Was passiert hier? Oh, das ist irre. Das passiert bloß nacheinander. Erstmal Stück für Stück. 1, 2. Die Hand, die leer ist, geht nach oben. Geht wieder runter und fängt. Die Hand, die leer ist, geht nach oben. Geht wieder runter und fängt. Auch hier, Sie erleben gerade den Veränderungsprozess. Erstmal, was soll dieser Blödsinn und, und, und. Dann versuchen Sie es. Und dann irgendwann kommt eine Akzeptante. Jetzt erleben Sie es gerade. Ich zwinge Sie aufzustehen. Indem Sie aber den Ball liegen lassen. Das ist das Schöne. Und wir werden einfach mal, geben Sie mal, wen auch immer, jemanden einen guten Tag. Ganz normal. So wie Sie es immer machen. Das heißt, ich lasse Sie jetzt jemanden suchen, dass Sie jemanden zum Händeschütteln haben. Wenn es am Tisch keiner ist, drehen Sie sich um, ist vielleicht da noch einer übrig. So, jetzt machen wir ausmisslich ein. Wer sind Sie, Sie sind am nächsten an der Bühne? Sie trifft es zuerst. Sie sind Herr, Herr Mikat. Mein Name ist Elas. Wir versuchen, machen wir mal ganz normal. So, jetzt machen wir was völlig Neues. Wir werden mal außen der Hand, den Daumen berühren Sie sich mal, damit wir wissen, wo die Daumen sind. Jetzt geht die Hand mal nach unten, andersrum. Ich gehe in die andere Richtung, so runter, so runter. Daumen an Daumen. Ich mache es vielleicht nochmal richtig, nur damit er es nochmal versteht, dann zeige ich es nochmal richtig. Und jetzt drehen wir die Hände rum, bis wir guten Tag sagen. Das üben wir jetzt nochmal. Das stellen wir uns mal so hin, dass wir hinten was gesehen haben. Kommen wir hier nochmal hin, machen wir es nochmal, wir wissen, wie es geht. Die Hände mal an die Außenseite. Daumen an Daumen ist deswegen wichtig, damit sie gegenüber sind. Da können wir nämlich runtergehen, dann treffen die sich nämlich. Daumen an Daumen. Und dann drehen wir die Hand rum. Muss man üben. Danke nochmal. Brauchen Sie drei bis fünf Versuche, sich ganz originell guten Tag zu sagen? Und ich höre schon die Aha-Erlebnisse. Das heißt, Daumen an Daumen. Wenn Sie diese Ballübung machen, wenn Sie sich, ich sage mal, bescheuert guten Tag sagen, haben Sie nicht nur Blut, mehr Blut im Gehirn, sondern Sie haben gerade eben einen ganz kleinen Ausschnitt von Motivation und Begeisterung erlebt, obwohl Sie überhaupt keinen Plan hatten, was das alles soll. Bloß von der Grundthematik her ist das fröhlich. Und es ist deswegen fröhlich. Und es ist 100 Prozent, bei jedem Menschen ist das so, dass nämlich Ihr Gehirn Sie immer unterstützt, wenn was Neues kommt. Und das war jetzt fundamental neu. Das ist ja auch originell. Das üben Sie mal mit jemandem ganz, das ist auch klar. Wenn Sie das sechs, acht, zwölf Mal machen, zick, zack läuft das. Das sieht originell aus. Nicht? Ja? Das ist wie, wenn Sie Erfolg haben wollen, müssen Sie Rückschläge auch schon mal erlebt haben. Das geht nicht anders. So fühlt sich Erfolg an. Sie müssen sich bücken. Beim Jonglieren können Sie auch ein Ziel, ein messbares Ziel, macht Erfolg aus. Wie gesagt, alle Stufen des Erfolges erleben Sie beim Jonglieren. Wenn Sie das erste Mal eins, zwei, drei den Ball fangen, ja, habe ich geschafft. Und auch hier, das Gehirn entscheidet, wie lange das dauert. So unterschiedlich, wie Sie aussehen, nicht? Der andere braucht drei Minuten, der andere 30, der andere ist im dritten Jahr und versucht noch. Bloß, wenn der nach dreieinhalb Jahren das erste Mal fängt, schreit der das Haus zusammen. Weil der länger gebraucht hat. Das ist doch klar. Da ist doch der Erfolg viel größer. Also, ja und, wo ist das Problem? Der erlebt ja gar nichts, wenn es so schnell geht. Das heißt, es macht auch Sinn, etwas länger zu brauchen, weil das Erfolgshonorar ist um ein Vielfaches größer. Wenn Sie noch nicht jonglieren können, für diejenigen, die jetzt nicht die Hand gehoben haben, behaupte ich trotzdem, Sie alle sind Jongliere. Das zeige ich auch gerne noch mal im Bild. Sie sehen jetzt die drei Bälle. Und alle, wie Sie da sitzen, haben Sie das hier. Sie haben Aufgaben, Termine, Prioritäten. Wenn Sie, ich weiß nicht, Regionaldirektor oder was auch immer es ist, oder für Chef sind oder einen haben, ist klar, wo der steht. Oben, der übt vielleicht Druck aus, weiß ich nicht, kann sein. Sie können aber auch das hier noch mal sehen. Sie haben Handy, Sie haben E-Mail, Sie haben das hier. Sie haben alle Hände voll zu tun. So sieht das aus, wenn es Jongliere alle Hände voll zu tun hat. Und deswegen ist meine Botschaft seit ungefähr 20 Jahren. Danke. Wenn Sie denn schon im Business jonglieren, dann sollten Sie halt auch richtig jonglieren lernen. Weil Sie eben beim Jonglieren genau das lernen, nämlich die Rechte und die linke Gehirnhälfte gemeinsam zu benutzen. Gemeinsam sehen Sie jetzt, benutzen gleichzeitig. Müssen Sie nicht darüber nachdenken, Sie müssen es nur lernen. Das macht das Gehirn in diesem 99,9996 Bereich für Sie. Und wenn Sie das erste Mal geschafft haben, haben Sie schon das erste Schlimmste erreicht. Und es dauert maximal eine halbe Stunde am Stück. Ganzhaft. Ich lasse das auch gerne dokumentieren. Mein aktueller Rekordversuch war in diesem Jahr in München, in der BMW-Welt. Jetzt habe ich mal wieder zum öffentlichen Jonglier-Schnellkurs aufgerufen. Dann kamen, meine Ziele waren deutlich über 200, 64. Und es haben 261 geschafft von 580. Gleichzeitig in 30 Minuten. Und wenn es über 200 Menschen das in einer halben Stunde schaffen, schaffen Sie es alleine in einer Stunde zu Hause. Sage ich mal so. Also Tipp Nummer 1. Wahrnehmung schärfen, Kreativität gewinnen und diese ganzen Dinge sicherer werden in unsicheren Situationen. Weil Sie kriegen beim Jonglieren auch dieses schöne Gefühl, Unsicherheit Schritt für Schritt in Sicherheit zu verwandeln. Natürlich alles unbewusst, aber spürbar. Das war die Reaktion. Und ich höre mich den Satz sagen, sind Sie sicher, dass Sie beide Gründerhäften dabei haben? War aber schon rausgehört. Kriegst du ganz selten. Zweifel, Dreibein, Vierbein. Das Vierbein will das. Einbein. Das wird auch noch logisch. Eben haben Sie nichts verstanden. Einbein. Dann nimmt das Zweibein, das Dreibein, wirft es nach dem Vierbein. Zum Schluss nochmal alle zusammen. Ein Zweibein sitzt auf einem. Und ist ein. Kommt ein. Will das. Dann nimmt das. Das. Und wirft es nach dem. Na Glückwunsch zu beiden Gehirnhälften. Super. So, sonst muss ich schnell Schluss machen, weil ich bin ja schon ziemlich gefühlt über die Zeit. Ja, fünf Minuten drüber. Siehst du? Ihr Gehirn ist das komplexe Organ, muss man gar nicht erwähnen, haben wir gesagt. Jedes Gehirn ist anders, arbeitet anders und ist auch in jede Richtung veränderbar. Und gilt für jeden und auch in jedem Alter. Hat die Gehirnforscher gemessen, auch wenn Sie 70 sind, ist sogar Gehirnwachstum messbar. Weiß man erst seit drei, vier Jahren. Es gibt immer noch Ärzte, die standhaft das verzweifeln, weil sie das nicht gelernt haben vor 20 Jahren. Aber ist so. Ihr Gehirn entscheidet, nicht Sie. Haben wir schon gesagt. Fördern Sie Kommunikation mit Sie selbst. Fangen Sie morgen an, was Neues zu tun. Leider jeden Tag. Achten Sie ab morgen auf Ihre Gehirngesundheit. Andersrum gesprochen, benutzen Sie Ihr Gehirn oder Sie verlieren es, wenn Sie weniger tun. Das ist immer Bequemlichkeit. Wenn Sie mehr sitzen, mehr Fernsehen gucken, gucken Sie die Leute an. So, das wäre es vom Hauptteil. Zum Schluss, jetzt habe ich Ihnen so viel um die Ohren geworfen, dass Sie jetzt zwei bis drei Minuten nichts tun müssen. Wir werden sogar das Licht ausmachen. Und Sie werden sich das ein oder andere noch mal Revue passieren lassen, entweder von den Workshops von gestern oder von dem, was ich gesagt habe oder alles, was heute vorher schon getan wurde. Und wir können das Licht komplett ausmachen und wir hören, wenn es gut läuft, Musik. Ich bin sprachlos, Sie sehen mich sprachlos. Vielen Dank. Ich bin sprachlos. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.